Andreas Wellinger, sensationelle Leistung, Platz 2. Wie war's? Fantastisch. Das zwischen die zwei Österreicher stehen, da müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, dass da nur ein Deutscher mehr oben steht. Aber so von Platz 11 auf Platz 2 zu springen, ist einfach nur geil. Und bei der Tournee jetzt? Bei der Tournee müssen wir mal schauen, also wirkliches Ziel habe ich nicht. Weil mein Ziel war eigentlich im Sommer, dass ich im Conti Cup mitspringe, da bin ich jetzt schon deutlich weiter. Ich versuche einfach, dass ich 8 gute Sprünge mache und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Der Mann ist gut und es wird spannend werden.